...durften nicht enger gezogen werden als 300 Meter. Diese Vorgaben verursachten hohe Kosten. Trotzdem wurde an diesem weitsichtigen Ziel festgehalten. Nach Erstzeit steigt das Tal stark an. Deshalb musste die Strecke hübschig verlängert werden. Gleichzeitig wird das Tal aber auch sehr eng. Deshalb konnten die Ingenieure die Verlängerungen nicht auf gewachsenen Terrain bauen. Sie wurden in den Berg verletzt. So im Stadtteil.